Vielen Dank. Das ist ein bisschen mehr. Vor zwei Wochen haben wir eine Single daraus veröffentlicht, den Radios angeboten. Und ich bin total überglücklich. Wir waren in Deutschland in zwei Wochen in den Airplay Charts im Radio auf Platz 2 und in Österreich dasselbe. Das ist unglaublich für uns, dass das so funktioniert, dass wir so schnell raufschießen. Wahrscheinlich auch hat es mit diesem Lied zu tun, das ich hier geschrieben habe. Es geht um Träume. Ich habe als kleiner Junge die Beatles im Fernsehen gesehen, das habe ich schon einmal erzählt. Und da hatte ich dann, als ich die sah da so rumspringen im Fernsehen, habe ich mir gedacht, das möchte ich auch mal werden. Ich möchte auch mal auf die Bühne stehen und auch mal vielleicht, naja, miterleben, wie die Mädels umfallen, wenn ich auf die Bühne gehe. Seit 31 Jahren versuche ich es. Noch keine. Bei mir wie bei einem Beat ist umgefallen. Mein Gott. Ich gebe es jetzt auf. Ist egal. Aber ich habe damals meinen Traum geboren, vielleicht auch Musiker zu werden. Und habe damals gewusst, 2012 stehe ich mit meinem 14. Album hier im Donnerspark auf der Bühne im Center und präsentiere mein Album, weil ich meinen Traum lebe. Und wenn man seinen Traum nicht lebt, dann stirbt er. Dann ist er weg. Und genau um diese Sache geht es in diesem Lied Berlin. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.